Grohl? Bist du das? Gott, ist das Duster hier. Psst, Grohl, wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern. Und damit, Shalom und herzlich willkommen zurück bei Goodbye Deponia. Wie beginne ich jede Folge mit dem Ai, 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 Ai? Ich weiß gar nicht mehr rum. Dreimal Rufus. Was ist denn da los? Oh, mal ganz kurz in den... Okay, für Licht sorgen, Nukleinsäure finden, Goal wieder groß werden lassen, Rohaufstückstation bringen, mit Goal nach Elysium, so rum. Yay! Klingt ziemlich simpel. Die wird uns mit ihrem ständigen Geheule noch in Teufels Küche bringen. Ich muss sie irgendwie ruhig stellen. Bitte, verhalt dich ganz still, ja? Ja, wir müssen immerhin davon ausgehen, dass wir von menschenfressenden Monstern umzingelt sind. Ach, nicht doch! Psst! Okay. Ähm, es ist so scheiße... Einfach dir war was. Hm, das hier ist trocken, lang und dünn. Keine Frage. Das ist der Plot von Geheimakte Tunguska. Oder ein niedrig hängender Ast. Eins von beiden. Klingt beides gut. Keine Fraßes der Bruder, ein... Okay, hatten wir gerade schon. Na dann. Na. Nicht so laut, Goal. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Okay. Äh, dann wollen wir doch mehr gucken. Okay, Goal. Ah, hier haben wir noch irgendwas. Mal gucken, ob ich etwas ertasten kann. Aha. Da ist eine Spalte im Fels. Hä, Spalte. Na dann. So. Na. Nicht so laut, Goal. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Gut. Und last but not least. Hier wächst irgendwas. Eine Art Moos oder Gestrüpp. Na dann. Na. Nicht so laut, Goal. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Kinder sind doch was Feines, wenn es nicht die eigenen sind. Was können wir jetzt hier machen? Können wir überhaupt noch irgendwas machen? Weil irgendwie schreit es dir. Ich habe auch ein stimmendes Inventar. Okay. Okay. Dann versuchen wir es einfach mal bei einem anderen Rufus. Wenn nicht Rufus. Rufus. Ist das Oma Uts? Hast du Probleme, Bozo-Schatz? Nein, danke, Frau Moog. Lass den Jungen in Ruhe sein Geschäft machen, Frau. Ich dachte, er braucht Hilfe. Ich schaff das schon. Es ist nur... Du hast Angst, nicht wahr? Ja. Ach. Vorm Pupu machen? Vorm Weltuntergang, du Dummkopf. Nein, nein. Es ist nur... Ach, egal. Stopp. Mach keinen Scheiß. Damit hast du nicht gerechnet, was? Ja. Ich bin immer für eine Überraschung. Gut. Hey! Für mich war das auch nicht gerade angenehm. So was. Oh je. Äh, für Lichtsorgen. Ah, cool. Rebellenlager... Ach, das ist ja nicht so klein. Miriam Janosch. Ablenkungsangriff starten. Dann Organon vorbei. Oh je. Ich hab das Gefühl, dass diese drei Sachen alle miteinander verknüpft sind. Wie alles am Ende zusammenführt. Und, und, so. Da ist ein Hausrest scheinbar. Feuerwahn zur Felschenspinne. Die Mooks. Auf die Station. Er guckt hier nur mit seinem Hintern raus. Ich hab erst gedacht, das wäre Oma Utz. Ganz ehrlich. Rosos Nachbarschaft ist ganz schön heruntergekommen. Der Teil, der noch steht, ist total morsch und porös. Und der Teil, der sitzt, ist hinter der Zeitung schwer zu erkennen. Ein Quatsch von meiner Runde mit der Familie Mook. Mook? Mook! Darf ich kurz stören? Hui, guck mal Mook. Da ist Baby-Boso. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby-Boso, sondern ein verirrter Landstreicher. Ach ja? Und wie komm ich denn auf Baby-Boso? Weil du alt und sinnig bist. Verzeihung? Ich möchte dich auch ungern unterbrechen, aber... Ja, das ist ganz wichtig. Ich bin kein Landstreicher. Siehst du, Mook? Ich sagte doch, das ist kein Landstreicher. Na und? Du sagtest damals auch, das ist keine Wundbrandentzündung. Und dabei hätten wir das Bein noch retten können. Der arme Timmy. Okay? Was treibt ihr denn hier mitten im Kriegsgebiet? Wisst ihr denn gar nicht, was hier los ist? Redest du immer noch mit dem Landstreicher, Frau? Ich rede mit wem ich will. Was will er denn? Wir wissen, was hier los ist. Na dann sag ihm, dass hier rein gar nichts mehr los ist. Zumindest nicht, seit der Organon sich zurückgezogen hat. Das kannst du ihm auch selber sagen. Ich bin doch nicht dein Beppo. Ist das da drüben etwa das Haus der Bosos? Was heißt denn hier trostlos? Es hat vielleicht hier und da ein paar Granatenschäden, aber es ist immer noch unser Zuhause. Nicht doch, Muck. Er meinte doch die Bosos. Na dann ist er hier falsch. Die wohnen nebenan. Wisst ihr, was mit Bozo los ist? Ach, du bist ein Freund von Bozo? Unsinn, Frau. Bozo freundet sich doch nicht mit irgendwelchen Landstreichern an. Im Gegensatz zu dir hat er nämlich noch einen restlichen Funken Grips. Auch wenn er sich momentan nicht so benimmt. Er ist deprimiert, Muck. Natürlich ist er das. Er hat keinen Job, keine Freundin, die Welt geht unter. Er hat eine Freundin. Ihr Name ist Bambina und sie wohnt auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Wenn sie ihm auch so häufig widerspricht, verstehe ich langsam, warum er wieder zu Hause eingezogen ist. Ich bin kein Landstreicher. Ich suche das Lager des Widerstands. Sag ihm, wir kaufen nichts. Der junge Mann sucht etwas, Muck. Und da fragt er ausgerechnet dich. Du verbummelst doch immer alles. Wenigstens hab ich noch meine Manieren. Wenn du wirklich Manieren hättest, würdest du dich um deinen Gast kümmern. Ach, den Landstreicher. Den hätte ich fast vergessen. Sag ihm, dass er, wenn er schon betteln muss, sein Glück lieber beim Widerstand probieren sollte. Das Lager ist ja nur die Treppe runter und dann einmal quer über den Platz. Dort wissen sie wenigstens, wie man Ordnung hält. Ich bin noch kein Landstreicher. Versteht ihr überhaupt, was ich sage? Fünf, oder? Unsinn, Frau. Es sind mindestens sieben. Ach, du hast doch keine Ahnung. Du weißt ja nicht mal, worum es geht. Warum fragst du dann nicht deinen Freund, den Landstreicher? Ich bin noch kein Landstreicher. Ach, Quatsch. Der redet doch gar nicht. Na, weil du einen eben nie zu Wort kommen lässt. Schau. Er will schon wieder etwas sagen. Ach, wisst ihr was? Ach, vergesst es einfach. Das wird ja selbst mir zu blöd. Ich gehe. Ich glaube, du hattest recht, Moog. Das war doch ein Landstreicher. Sag ich doch, Frau. Aber du hörst ja nie auf mich. Ich bin kein Landstreicher. Ich wäre ein toller Feuerwehrmann. Ja, epische Wasserschlachten, Brandschatzmaßnahmen und Menschen in Not vom Baum aus mit Katzen bewerfen. Ach, ja. Berufswunsch Nummer eins. Dieses Ensemble würde mich garantiert hervorragend klein. Und, äh, solange niemand Wichtiges zuguckt. Es brennt, es brennt. Oh, ich komme. Tatü, tata. Ui, guck mal, Moog. Das ist so putzig. Baby Bozo spielt mit der Feuerwehruniform von seinem Cousin David. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Bozo, sondern ein verirrter Landstreicher. Oh, du hast recht. Ach, ich wusste, es war ein Fehler, den Optiker beim Bingo zu beschummeln. Ich bin doch kein Landstreicher. Die Stadt liegt in Trümmern, die Welt geht unter. Egal, solange die Wäsche trocken wird. Und das wird sie auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Ein Ninja-Dress. Bozo hat einen Ninja in der Familie. Wie konnte er das nur von mir verbergen? Immerhin war es eine Heidenarbeit, den Ninja-Detektor aus dem Bastolino-Heft auszuschneiden. Ein Ninja-Dress. Okay, einmal noch. Ja! Ui, guck mal, Moog. Baby Bozo spielt mit dem Ninja-Dress von seinem Cousin Alec. Unsinn, Frau. Das ist doch nur wieder dieser Landstreicher. Meinst du? Na, dann bekommt er auch keinen Koffein-Lutscher. Einen Koffein-Lutscher. So, last but not least. Wenn dieses Outfit groß ist, will es Astronaut werden, um mit den anderen beiden mithalten zu können. Muss das wirklich sein? Ja! Na gut. Bravo! Ui, guck mal, Moog. Da ist ja Baby Bozo. Na, Baby Bozo? Möchtest du noch einen Koffein-Lutscher haben? Ja. Du sollst dem Baby doch keinen Koffein-Lutscher geben, Frau. Koffein-Lutscher. Dann nimmt es nur wieder Reiß aus. Oh, du kannst immer nur meckern, Moog. Das Kind muss doch etwas essen. Wie soll es sonst jemals so groß und stark werden wie sein Bruder? Oh, Himmel. Ich hoffe doch sehr, dass Baby Bozo nicht nach diesem weinerlichen Nichts-Nutsch schlägt. Er sollte sich lieber ein Beispiel an seinen Cousins nehmen. Die haben wenigstens etwas aus ihrem Leben gemacht. Hör nicht auf den garstigen alten Mann, Schatz. Ja. Du bekommst einen Koffein-Lutscher von mir? Yay. Wow. Das war peinlich und aufschlussreich zugleich. Ein bisschen wie meine Schulzeit. Ich weiß schon, warum ich nach der zweiten Klasse abgebrochen habe. Das erklärt so viele. Das war noch einfacher, als einem Baby den Lutscher wegzunehmen. Aber es hat nur halb so viel Spaß gemacht. Tja, und was ist halt immer. Äh... Mein letzter Postraub liegt schon ein Weilchen zurück. Ich hoffe, ich weiß noch, wie man die Zacken der Briefmarken entschärft. Okay, jetzt Vorsicht. Vorsicht. Ganz, ganz viel Gefühl. Mein liebstes Rehlein. Ich wünschte, du wärst bei mir. Himmel, was für eine schwülstige Einleitung. Das gibt Abzüge in meiner Online-Rezension. Na, jetzt kommt doch langsam etwas Action in die Sache. Der Dienst an der Front scheint mir nicht gut zu bekommen. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten und werde innerhalb der nächsten Sekunden... Arrrrg! In Liebe dein Papa Boso. G.S. Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ich glaube, dass er heimlich unser Bad benutzt. Zumindest habe ich Unterwäsche mit seinem Namen drauf oben auf dem Spülkasten gefunden. Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Jupp. Das heißt, wir sind also direkt in Porta Fisco. Oh, was ist denn hier los? Oh, guck mal, Opa. Wir haben Besuch. Dann zieh ich mir wohl besser meine Hose an, was? Ja, das ist lustig. Bist du ein Freund von Boso? So ein Unsinn. Boso hat keine Freunde. Ich meine doch diesen begabten Bastler, von dem er erzählt hat. Ja, das bin ich. Rufus I. Wo ist denn der alte Pirat? Pirat? Diese Pfeife? Pfeife. Genial. Boso liegt oben in seinem Bett. Und heult wie ein kleines Mädchen. Apropos heulen. Kann mich vielleicht jemand hier rausheulen? Oh Gott, wo sind wir hier? Er steckt fest. Bestimmt liegt das an den vielen Steckbriefen in seiner Tasche. Warte mal. War wahrscheinlich zu intellektuell. Ich stecke fest. Ist das nicht ulkig? Ja, so ein bisschen. Man sagt, dass die Nase im Alter immer weiter wächst. Wie Goal wohl später mal aussieht. Hm. Und du bist wirklich Bosos Opa? Das frage ich mich schon seit Jahren. Aber mein Arzt weigert sich, einen Großvaterschaftstest durchzuführen. Ich hätte da ein paar Fragen zu Bosos. Die habe ich auch. Aber manchmal ist die naheliegendste Erklärung auch die beste. Oma Bosos hätte während der Schwangerschaft einfach nicht so viel rauchen dürfen. Okay. Hör mal Junge, wenn du zum Tratschen gekommen bist, wende dich an Mama Boso. Ich schaue nämlich gerade der Nachbarin von gegenüber bei Baden zu. Ah, da ist doch nur eine Tierhandlung. Hm. Das erklärt wohl, wie sie diesem Ball so lange auf der Nasenspitze jonglieren konnte und woher die Fontäne kam. Verdammter grauer Starr. Ah, ja. Hör mal Junge, wenn du zum Tratschen... Okay. Baby-Boser. Ist seinem Bruder wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere. Okay. Reden wir doch mal bei Baby-Babababababy-Boser. Adu-gat-du-guh. Ha, 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 ha. Ist er fein gemacht. Oscar-verdächtig. Haben wir nur Baby-Fone? Wozu braucht Baby-Bo so ein Funkgerät? Der kann ja nicht mal sprechen. Gegenfrage. Wozu brauchst du ein Gehirn? Habe ich nicht verstanden. Na, es ist nicht ganz schlimm. Oh, guck mal. Wie kommt denn dieses Baby-Fone im Inventar? Ist ja interessant. Mama Bozo. Es ist also Bosos Mama. Er hat ihre Augen geerbt. Und ihre Oberweite. Wie jetzt? Das war auch witzig? Das ist aber ein sehr aufgeschlossenes Publikum. Reden wir mal mit ihr. Und du bist dann wohl Bosos Mutter, richtig? Ähm, ähm, rate noch mal. Die Tante? Die böse Stiefmutter. Eine Einbrecherin. Die Bewährungshelferin? Nein, 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 nein. Die Oma? Die Vorkosterin. Die Schwester? Eine Mischung aus alledem. Warte, äh, was war das Vorletzte? Schwester. Ha, 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 ha. Rufus, du Charmeur. Hä, wieso? Ich bin natürlich die Mutter. Was? Aber... Aber du kannst mich gerne Mama nennen. Wie in... Komm zu Mama. Äh. Oh. Okay. Hm. Fangen wir auch mal von oben an. Was stimmt denn nicht mit Bozo? Ach, Rufus. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Seit er zurück ist, ist er wie ausgewechselt. Der Junge isst nicht, spricht nicht. Oh. Und nicht einmal seine geliebten Fifi-Funkel-Fee-Datasetten muntern ihn auf. Fifi-Funkel-Fee? Ja, das kriegen wir hin. Wir sind Rufus, wir schaffen alles. Ich mache Bozo wieder gesund. Du bist so ein guter Junge. Ich wünschte, ich hätte einen Sohn wie dich. Das wünsche ich, glaube ich, jedem Mutter. Weißt du zufällig den Weg zum geheimen Rebellenlager? Aber natürlich. Du musst einfach unten an der Straße, quer über den Platz und dann immer geradeaus. Ich backe manchmal Kuchen für die jungen Soldaten. Und dann legt sie damit eine Spur vom Lagertor bis zu unserem Haus. Und hier ist das der perfekte Augenblick, ein bisschen was über den Bozo zu erfahren. Kannst du mir etwas über Bozo erzählen? Natürlich. Was möchtest du wissen? Alles. Vorsicht, Rufus. Du öffnest die Büchse der Pandora. Was für eine Blütze? Ach, nimm ihn nicht so ernst. Er meint den Diaprojektor von Bozos Tante. Besteck dich! Ich wusste gar nicht, dass Bozo aus Porta Fisco stammt. Hat er dir denn gar nichts erzählt? Keine Ahnung. Es ist so unglaublich ermüdend, ihm zuzuhören. Das kommt daher, dass seine Fettbacken auf den Kiefer drücken. Hat er denn seine Zahnspange gar nicht mehr? Ich werde ihn daran erinnern. Oh, sehr versuchlich. Sehr versuchlich. Ich wusste gar nicht, dass Bozo einen kleinen Bruder hat. Er ist ihm ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere? Tja, alle männlichen Bosos verfügen über ein außergewöhnlich dichtes Haar. Sobald ich mit dem Stillen anfange, sprießt er es wie verrückt. Vielleicht sollten Sie Ihre Muttermilch als... Moment mal. Was ist noch gleich die geheime Zutat deines Spezialchampons? Das ist ein Geheimnis. Ich wusste gar nicht, dass Bozo so eine klasse Mutter hat. Aber Rufus, du Charmeur, du weißt, wie man eine einsame Frau aufmuntert. Oh. Okay. Und die Frage können wir uns zwar eigentlich sparen, weil wir haben jetzt den Brief schon gelesen, aber... Wo ist Bozos Vater? ...an der Front verschollen. Ich bin ganz krank vor Sorge. Zum Glück hatte ich Unterstützung von Freunden, die mich auf andere Gedanken gebracht haben. Welche Freunde meinst du genau? Die Milchmann, die Klempner oder die Postboten? Tja, wie heißt es so schön? Gute Freunde lässt man nicht hängen. Oder was? Wusstest du, dass Bozo eine Freundin hat? Wirklich? Ja, ihr Name ist Bambina. Sie hat einen Waffenladen auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Hörst du, Opa? Bozo hat eine kleine Freundin. Ich knalltüte. Das war nicht erst, wenn ich es sehe. Tja, es ist wirklich kaum vorstellbar. Er war immer so schüchtern. Als ich ihm damals von den Bienen und den Blumen erzählt habe, ist er wochenlang nicht ohne Imkerhut aus dem Haus gegangen. Ja, natürlich die wichtigste Frage überhaupt. Wie war Bozo als Kind? Da gibt es doch bestimmt irgendwelche peinlichen Geschichten. Eigentlich nicht. Er war ein außerordentlich braves Kind. Er hat nie etwas kaputt gemacht. Seine Fifi-Funkel-Fee-Puppen selbst weggeräumt. Und selbst beim Ritterspielen wollte er immer die Prinzessin sein. Lass uns lieber über was anderes reden. Gerne. Immerhin habe ich ja nicht jeden Tag so einen feschen, jungen Mann zu Besuch. Zumindest nicht seit der Briefträger das Fenster verstopft. Ich mag den Opa. Ich dachte, Porta Fisco sei vom Organon besetzt. Das war es bis vor kurzem auch. Aber unter Leitung des neuen Generals hat der Widerstand die Stadt zurückerobert. Moment mal, ich höre immer General. Ach, du kennst den neuen General noch gar nicht? Ich wusste nicht mal, dass wir Ränge haben. Okay. Darf ich zum Essen bleiben? Aber natürlich, Rufus. Freunde von Bozo sind hier immer willkommen. Besonders, wenn sie so knackig sind. Nur damit wir uns richtig verstehen. Ich esse mit und komme nicht als Fleischbeilage in den Salat. Richtig? Quasi. Wann gibt's denn Essen? Da musst du Opa fragen. Er hat versprochen zu kochen, wenn Bozo mal Freunde ins Haus bringt. Du hast mir nicht zugehört. Ich habe gesagt, dass ich kochen werde, sobald Bozo eine Freundin ins Haus bringt. Weil das nie passieren wird. Wir reden später weiter. Fühl dich wie zu Hause. Ich suche derweil schon mal Fotos von Bosos Ballettunterricht raus. Oh ja. Oh ja. So, da wollen wir mal gucken, was der alte Jammerpirat da oben... Da bist du ja. Ach, genug an der Matratze gehorcht. Aus aus den Federn. Sag mal, was ist denn mit dir los? Hau ab. Aber wir müssen doch ins Rebellenlager. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Bozo. Oh Backe. Oh yeah, das kann ja noch was werden. Oh yeah, das kann ja noch was werden.